Musik 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 Das war mein Freund, dass man mit dieser Kombination, diese Übung hat es vorher weltweit wirklich so noch nie gegeben. Auch mein Freund Hans Peter Musik Musik Jetzt zeigt uns jetzt mal jemand zum Beispiel mit dem System, auch jemand wie den Hans-Peter, der noch ganz stark einen Eichkriegsschirm, wie der Kopfbefall hat. Die Halt auf das Becken legen und auf die Bautmuskulatur kann zum Beispiel auch gleichzeitig die Belastung der Stäbe kontrollieren. Das heißt, man kann mit dem auch sehr therapeutisch arbeiten. Und dadurch, dass der Boden flexibel ist, ist es so, das ist ja ein Forttraining. Das heißt, du musst nicht jede Muskelgruppe anspannen, damit du genau in der Position bleibst. Wenn wir jetzt sagen, Hans-Peter, heute brauchst du mal kein Völler fahren, sondern jetzt bist du mal Skifahrer, jetzt musst du mal eine Lipskulung gefahren, das linke Weit belasten, dann siehst du schon, was da los ist. Nachstrengen. Das ist richtig hart. Also wenn dann sagt, das ist ein Utifax. Das ist ja ein großer Schmiedsverfahren. Das ist ja ein großer Schmiedsverfahren. Und das ist ja so, dass wir mit dem Ausgaben sind. Und dann ist das auch hier drin das ganze Zeit. Dann haben wir die Vorwalt in den Haufen. Dann haben wir die Vorwalt in den Haufen und die Haufen die Haufen gemacht. Dann wird die Haufen und die Haufen und die Haufen geschlossen. Man muss wirklich hier, man sieht es auch, dass die Muskeln dann im Prinzip anfangen zu zitteln, weil sie wirklich an der Reißungswäsche sind. Weil dann wirklich, das ist ja alles beweglich, das ist ja keine beste Teckel, das ist wirklich vom Kopf her auch nicht so ansprechend. Das ist natürlich auch gut, weil es auch eine progressive Sache dann ist. Training mit dem Kopf. Training für Geister und Kameraden. Spaß macht's auch noch, die Levertun ist auch immer der Beste. Wenn Sie das auch mal probieren wollen und eine Idee davon bekommen wollen, wie das funktioniert, beim Ausprobieren, Fragen haben am IQ-Stand. Es gibt mehrere von diesen Balls, ganz viele Kollegen vom IQ, die Ihnen das ganz, ganz toll erklären und mit Ihnen dann Übungen machen. Dankeschön. Wieder mal. Es war ein sehr Erfolg. Danke und einen großen Applaus für die Hanspeter Durst.